Hallo, ich bin die Sabine von Cosline Cosmetics. Unsere Mitarbeiterinnen sind ja schon lange im Homeoffice und bei jedem Team-Meeting, was wir dann über Zoom oder Teams hatten, haben wir immer wieder gesagt, Mensch, es ist so schade, dass wir überhaupt nichts mehr zusammen unternehmen können. Denn sonst haben wir immer wieder zusammen was unternommen. Also wir hatten ja dieses Mal gar keine Weihnachtsfeuer, keine Events, keine Partys, nicht mal Cocktails trinken oder in ein Restaurant konnten wir zusammen gehen. Und dann habe ich den Tim getroffen über eine Facebook-Marketing-Gruppe und er hat sich vorgestellt und hat gesagt, er ist ein Zauberer und er bietet an, dass er für Firmen über einen Zoom-Call eine Zaubershow macht und er möchte eben den Firmen und den Mitarbeitern was ganz Besonderes bieten. Und ich habe dann meinen beiden Schwestern, die auch Geschäftsführerinnen sind, davon erzählt und habe gesagt, das wäre ja gar nicht so schlecht, aber na klar, wir waren alle erst mal sehr skeptisch, so, hä, Zaubershow über Zoom, kann denn das was sein, bringt das was? Und die eine Schwester hat auch gleich gesagt, nee, so was brauchen wir nicht. Und dann haben wir überlegt und haben gedacht, doch, genau so was brauchen wir. Denn wir haben jetzt in letzter Zeit ja eh so viel Geld gespart, weil wir überhaupt nichts mehr mit unseren Mädels zusammen im Team unternehmen konnten. Und haben gedacht, hey, das wäre doch jetzt echt mal was Schönes, unseren Mitarbeiterinnen im Homeoffice auch so mal zu überraschen und eine Freude zu machen. Und wir haben dann also die Show gebucht und ich muss sagen, das war richtig gut. Wir hatten richtig viel Spaß, seine Tricks waren total beeindruckend und faszinierend und er hat uns auch richtig gut in die Show so mit einbezogen, dass es auch schön persönlich war und wir hatten richtig Spaß und es war rundum ein absolut gelungenes Team-Event. Nur muss ich sagen, die Show war leider viel zu kurz und ging ruckzuck rum. Und wir saßen auch nach der Show noch da mit unserem Sekt in der Hand und haben lange über die ganzen Tricks gegrübelt und haben uns ausgetauscht. Und das war wirklich schön, mal über was anderes zu reden als immer nur über die Arbeit und es hat uns allen mal so richtig gut getan. Es war also alles in allem ein gelungenes Team-Event für unser kleines Kostlein-Team im Homeoffice. Und die Zusammenarbeit und Organisation im Vorfeld mit Tim, das war auch ganz easy und man hat schon vorab gemerkt, wie viel Mühe er sich gibt, dass hinterher alle happy sind. Daher also meine klare Weiterempfehlung für Tim und seine Zaubershow für alle Firmen, die ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mal was Besonderes bieten möchten.